Musik Diesmal zeige ich einen Impulsgenerator, wie er spartanischer nicht mehr sein kann. Benötigt wird nur ein Schaltkreis mit mehreren Logik-Cuttern, ohne weitere zusätzliche Bauelemente. Ausgenutzt wird hier die Tatsache, dass das Signal je nach Frequenz an jedem Gatter eine gewisse Laufzeit braucht. Dadurch entsteht eine Phasendrehung, die bei einer bestimmten Frequenz zur Mitkopplung führt und das System beginnt zu schwingen. Im ersten Fall verwende ich einen 6-fach-Inverter vom Typ DL904, das entspricht einem 74LS04. Die Gatter werden alle in Reihe geschaltet. Um die richtige Phasendrehung zu erhalten, muss die Rückkopplung nach einer ungeraden Anzahl von Gattern erfolgen. In diesem Fall nach dem fünften. Das sechste Gatter entkoppelt den Ausgang vom Generator. Die Laufzeit pro Gatter und damit die Schwingfrequenz ist exemplarabhängig. In meinem Versuch liegt die Frequenz bei etwa 19 MHz. Das gleiche funktioniert auch mit einem 4-fach NAND-Gatter. Drei Gatter bilden wieder den Generator. Als Schaltkreis nehme ich die russische Variante eines D100 oder 74.00. Die Laufzeit verringert sich so und damit ist die Schwingfrequenz höher. In diesem Fall über 24 MHz. Geeignet ist die Schaltung als Hochfrequenzgenerator, wenn es auf die genaue Frequenz nicht so ankommt. Auf die Art lassen sich auch Schaltkreise selektieren, weil die Frequenz von der mittleren Laufzeit der Gatter abhängt. Sie lässt sich etwa mit der folgenden Formel berechnen. Ich hoffe wieder, dass euch die kleine Idee gefallen hat und sehe euch hoffentlich wieder bei der nächsten Schaltung, die bestimmt wieder ein paar mehr Bauelemente hat. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017